Die Kämpfer-Vorstellung 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 Komm, nehm raus. Stopp. Robert Gladley, der Kämpfer in der Roten Ecke, gab es einen der Bühne im April dieses Jahres. Er war ein erfolgreicher Amateurboxer, er war mehrere internationale Touriere und war Bundesliga-Boxer. Robert Gladley Ringfleisch Runde 2 Ringfleisch Runde 2 Ringfleisch Runde 2 Lesung Ringfleisch Runde 2 Ja, 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 ja! 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 Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, 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 ja, ja!